Hallo zusammen, auch in diesem Video habe ich kein Produkt mitgebracht, sondern wir beschäftigen uns in diesem Video wieder mit einem Thema und diesmal geht es um das Thema Schlaf. Da habe ich mich tatsächlich in den letzten Monaten sehr viel mit auseinandergesetzt, habe sehr viel gelesen dazu, viele Podcasts gehört und habe jetzt mal das ganze Wissen zusammengetragen. Ich habe dazu auch einen Blogbeitrag geschrieben, da findet ihr die ganzen Quellen drin, da werden wahrscheinlich auch noch ein paar mehr Informationen drin sein als in diesem Video und die wichtigsten Themen aus diesem Beitrag werden wir uns jetzt in diesem Video einmal zusammen anschauen. Und das Erste, wo ich immer mit anfange, wenn ich über das Thema Schlaf rede, ist das Thema Schlafzeit versus Bettzeit, denn ich höre das ganz oft, dass Leute sagen, gerade im Arbeitsumfeld, ja ich schlafe doch genug, ich gehe um 11 Uhr ins Bett und ich stehe um 6 Uhr morgens auf, dann habe ich doch sieben Stunden geschlafen. Und das ist tatsächlich der größte Irrtum, der meiner Meinung nach im Schlafbereich irgendwie auftritt, weil das einfach falsch ist und weil das dafür sorgt, dass die Leute noch weniger oder eigentlich viel zu wenig schlafen, obwohl sie schon zu wenig schlafen. Denn erstmal fängt es damit an, wenn du ins Bett gehst, dann brauchst du natürlich ein bisschen, um einzuschlafen. Wenn du gesegnet bist, schläfst du in 2-3 Minuten ein, aber in der Regel brauchst du ja schon irgendwie 10-15 Minuten, um einzuschlafen. Das heißt, diese viertel Stunde hast du schon mal verloren. Was aber viel wichtiger ist, ist, dass unser Schlaf in verschiedene Phasen unterteilt ist. Also es gibt da die Wachphase, die Leichtschlafphase und die Tiefschlafphase, die nochmal in zwei Phasen unterschieden wird. Und es passiert immer wieder in der Nacht, dass wir wach werden. Das ist nicht, wir müssen auf Toilette gehen, dass dieses Wachwerden, wo wir uns daran erinnern, wo wir merken, dass wir wach sind, was wir wahrnehmen, sondern es gibt Wachphasen, an die wir uns gar nicht erinnern, wo wir einfach körperlich wach sind, ohne richtig wach zu sein. Und diese Zeit schlafen wir nicht. Und das führt dazu, dass wir eigentlich, wenn wir die Bettzeit nehmen, sagen wir jetzt mal diese 7 Stunden, wir nur 80-90% dieser Bettzeit wirklich schlafen. Und wenn mir jetzt jemand sagt, er hat 7 Stunden geschlafen, kommt aber nur auf eine Schlafeffizienz von 80%, dann hat der nur 5,5 Stunden geschlafen und nicht 7. Und dann ist er schon definitiv in einem Schlafmangel drin. Denn es wird empfohlen, dass eine erwachsene Person 7-9 Stunden pro Nacht schläft. Und es gibt auch gewisse Ausnahmen, aber in, sagen wir mal, 95% der Fälle müssen Menschen mindestens 7 Stunden schlafen. Es gibt auch Menschen, die 10 Stunden schlafen müssen und einfach diesen Schlaf brauchen, um richtig funktionieren zu können. Und darum sollte man entweder einfach in seinem Kopf rechnen, okay, ich habe eine Schlafeffizienz von vielleicht 85% und dann sagen, okay, ich brauche 7 Stunden Schlaf. Ich gehe nicht um 11 ins Bett, sondern ich gehe halt um 10 ins Bett, wenn ich um 6 Uhr aufstehe. Oder was man auch machen kann, ich habe zum Beispiel hier immer noch mein Whoop-Armband rum. Es gibt ja auch den Orwa-Wing und auch teilweise mit der Apple Watch kann man das teilweise auch messen. Diese ganzen Schlaf-Tracker und Fitness-Tracker, die messen auch den Schlaf und sagen einem dann auch die Schlafzeit. Also das Whoop zeigt einem auch quasi diese Effizienz an den Prozentpunkten. Da muss man sich das nicht ausrechnen. Bei manchen Geräten muss man sich das ausrechnen. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass man diese zwei Sachen, Bettzeit und Schlafzeit, unterscheidet, damit man am Ende auch wirklich auf genügend Schlaf kommt. Sprechen wir nochmal ein bisschen tiefer gehend über die Schlafphasen. Also wie gesagt, es gibt den Leichtschlaf. Da haben wir relativ viel von. Der liegt in der Regel irgendwie so bei 20 bis 50 Prozent, die wir im Schlaf verbringen. Und die Leichtschlafphase ist auch jetzt erstmal nichts Schlimmes. Da schlafen wir halt, aber es ist nicht so erholsam. Und es gibt noch die Tiefschlafphase und die REM-Schlafphase. Und diese zwei Schlafphasen sind halt die Schlafphase, in der wir wirklich tief schlafen. Aber sie unterscheiden sich nochmal ein bisschen in der Art und Weise, was sie regenerieren. Also es gibt ja zum Beispiel die physische Kaputtheit. Also wir sind erschöpft vom Sport zum Beispiel. Und dann gibt es ja auch die psychische Erschöpfteit. Das heißt, wir hatten einen anstrengenden Tag auf der Arbeit. Oder zum Beispiel auch, wir hatten einen ganz tollen Tag im Disneyland und haben viele neue Eindrücke gesammelt. Und das ist ja mental, psychisch anstrengend. Und das müssen wir natürlich auch, ja, davon müssen wir uns erholen. Oder zum Beispiel, wir lernen für eine Klausur und müssen uns ganz viel merken. Das ist ja auch mental sehr anstrengend. Und man sagt ja auch so schön, man merkt sich Dinge im Schlaf. Das heißt, wenn ich ganz viel lerne den Tag, aber in der Nacht nicht schlafe und nicht gut schlafe, dann merke ich mir vieles auch nicht, weil es erst in der Nacht quasi im Langzeitgedächtnis oder zumindest bis zur Klausur im Kopf bleibt. Und darum brauche ich unbedingt diese Tiefschlafphasen. Und um da auch schon mal zum Beispiel vorwegzunehmen, Alkohol kann helfen, schneller einzuschlafen. Aber Alkohol sorgt dafür, dass ich weniger Tiefschlaf habe. Das heißt, ich schlafe vielleicht sogar acht, neun Stunden, aber mein Schlaf ist einfach nicht erholsam. Ich fühle mich am nächsten Tag immer noch müde und kaputt und konnte mich nicht erholen, sowohl physisch als auch psychisch nicht. Und darum ist es wichtig, genügend Tiefschlaf zu bekommen. Wann sollte ich ins Bett gehen? Das ist sehr subjektiv. Das hängt von jeder Person ab. Denn wir haben sowohl Lerchen als auch Nachteulen. Das heißt, Leute, die sehr früh müde werden und dann auch früh aufstehen. Und Leute, die sehr spät müde werden und dann auch später natürlich aufstehen. Da gibt es Extreme. Es gibt ganz wenige Menschen, die zum Beispiel erst um zwei Uhr nachts müde werden und dann halt bis elf Uhr oder so schlafen. Es gibt aber auch Menschen, die schon um acht oder um neun so müde sind, dass sie schon um acht ins Bett gehen. Und dann stehen sie aber irgendwie zwischen vier und fünf Uhr auf. Und in der Regel, also es gibt ganz viel dazwischen. Ich bin zum Beispiel in der Regel irgendwie ab neun bis zehn Uhr müde und gehe dann schlafen. Und die meisten Menschen, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind so zwischen, sagen wir mal, halb zehn und halb zwölf so müde, dass sie ins Bett gehen. Also das ist so der Durchschnitt. Aber das musst du für dich selbst herausfinden. Und wenn du ganz viel Glück hast und deine Arbeit, ja, du dir das selbst einteilen kannst, dass du zum Beispiel selber entscheiden kannst, ob du um sieben oder um zehn ins Büro gehst oder wo auch immer du arbeitest, dann ist das super, weil dann solltest du dich einfach, ja, solltest du schauen, dass du deinen eigenen Rhythmus findest. Ich weiß, das ist durch den Alltag nicht so einfach mit Kindern, mit anderen Verpflichtungen, wenn die Arbeit es nicht zulässt. Aber wenn es dir möglich ist, versuche dich an deinen eigenen Rhythmus zu halten. Denn es ist nicht hilfreich, wenn du zum Beispiel eine Nachtäute bist und du immer um acht Uhr ins Bett gehst, weil du auf deinen Schlaf kommen möchtest, du aber einfach noch nicht müde bist. Und da muss man sich einfach, ja, wie gesagt, an sein eigenes Gefühl halten, um den optimalen Schlaf zu bekommen. Etwas, was ganz wichtig bei YouTube-Videos und beim Schlaf ist, ist das Licht. Jeder, der ein YouTube-Video sieht, möchte, dass das schön ausgeleuchtet ist. Ich habe links eine Lampe, rechts eine Lampe, hinten eine Lampe, damit ich euch einfach ein gutes Ergebnis hier liefern kann. Und genauso wichtig ist Licht für den Schlaf. Es gibt den, ich vergesse immer das Wort, den zirkadianen Rhythmus. Und das ist einfach der Rhythmus, der die Ausschüttung von Cortisol und Melatonin beeinflusst. Cortisol ist dafür da, dass wir fit und munter sind, also dass wir wach sind. Und das Melatonin sorgt dafür, dass wir müde und schläfrig sind, dass wir ins Bett gehen. Und in den Morgenstunden wird das Cortisol ausgeschüttet, damit wir aufstehen, damit wir in den Tag gehen, dass wir halt fit sind. Und in den Abendstunden wollen wir müde werden, also wird Melatonin ausgeschüttet. Und dieser Rhythmus wird durch das Licht beeinflusst. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, auch ein paar hundert Jahre nur zurückgehen, da hatten wir kein elektrisches Licht, da hatten wir einfach die Sonne. Und jetzt mal vereinfacht gesagt, wir sind morgens aufgewacht, wir sind rausgegangen, haben irgendwie an einer Kirche gearbeitet, haben dort die Kirche mit erbaut und sind morgens um sieben aus dem Haus, haben den Sonnenaufgang gesehen, haben den ganzen Tag gearbeitet, die Sonne ist langsam untergegangen. Wir haben den Sonnenuntergang gesehen, wir sind nach Hause gegangen und sind dann irgendwann ins Bett gegangen. Und daran hat sich der Körper orientiert, er wusste, okay, die Sonne geht auf, jetzt muss ich Cortisol produzieren, die Sonne geht unter, das heißt, ich muss langsam ins Bett gehen, es wird langsam Schlafenzeit, ich muss Melatonin produzieren. Und jetzt leben wir aber in einer Zeit, wo wir halt elektrisches Licht haben, wo ich dieses Licht hier, dieses Studio quasi reproduzieren kann, egal ob es sieben Uhr morgens ist oder ob es sieben Uhr abends ist oder ob es drei Uhr nachts ist. Und das bringt unseren Körper komplett durcheinander. Dann kommt noch hinzu, also fangen wir mal an mit so einem typischen Büroalltag. Ich stehe morgens auf, ich lasse vielleicht noch die Lichter in der Wohnung aus, das heißt, der Körper bekommt noch gar nicht so viel mit, egal ob jetzt Sommer oder Winter, es ist vielleicht noch ein bisschen dunkel in der Wohnung. Dann steige ich ins Auto oder in die Bahn, das heißt, da wird auch nicht so richtig Licht aufgenommen, gerade durch Scheiben wird ja das Licht gar nicht, also es kommt gar nicht so viel Licht bei mir an, auch wenn es vielleicht hell im Auto ist. Dann gehe ich ins Büro und habe acht Stunden lang diese Neonlichter, die immer genau gleich sind. Ich bekomme gar nicht viel mit, vielleicht habe ich noch nicht mal Tageslicht in meinem Büro, fahre wieder nach Hause mit der Bahn oder mit dem Auto, gehe nach Hause und dann mache ich alle meine Lichter in der Wohnung auf volle Pulle, damit ich Licht habe. Und der zirkadiane Rhythmus denkt sich so, ja, wie spät ist es denn jetzt eigentlich? Ich bin aufgewacht, es wurde die ganze Zeit nicht hell, plötzlich ist es acht Stunden gleich hell. Okay, dann muss ich wohl mal Cortisol ausschütten. Es ist dann schon irgendwie 18 Uhr, aber den Sonnenuntergang habe ich gar nicht mitbekommen, weil es war ja immer gleich hell im Büro. Ich komme nach Hause, okay, es ist ein bisschen dunkler, vielleicht fange ich mal an Melatonin zu produzieren. Dann bin ich zu Hause und alle Lichter gehen wieder an und dann denkt sich der Körper, ah, okay, ist vielleicht doch noch hell, also produziere ich wieder Cortisol bzw. verhindere die Melatonin-Produktion und ich werde nicht müde. Und dann ist es, sagen wir mal, Viertel vor zehn, dann denke ich so, ja, ich muss jetzt ins Bett gehen, um mal auf meinen Schlaf zu kommen. Aber ich bin gar nicht müde, weil ich erst um fünf vor zehn alle Lichter ausmache und dann merkt der Körper, oh, ist ja dunkel. Jetzt sollte ich vielleicht mal anfangen, Melatonin zu produzieren. Ich liege eine Stunde im Bett. Und das ist ein ganz großes Problem in unserem Alltag, wo wir einfach, ja, durch wirklich kleine Mittel daran arbeiten können. Jetzt gibt es natürlich immer wieder Ausnahmen. Jemand, der vielleicht am Band arbeitet, kann jetzt nicht beeinflussen, wie hell es ist. Im Büro muss man sich vielleicht auch mit den Kollegen ein bisschen auseinandersetzen, dass man das Licht ein bisschen beeinflusst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in der Position bist, du arbeitest im Homeoffice oder kannst irgendwie das Licht beeinflussen, dann kannst du halt darauf einen gewissen Einfluss nehmen. Fangen wir mal mit morgens an. Wenn du zu Hause bist, hast du einen Einfluss auf dein Licht. Du stehst morgens auf, gerade im Winter machst du erstmal alle Lichter an, damit der Körper merkt, okay, es geht los, es wird hell, er soll Cortisol produzieren. Gerade im Winter ist es ja auch noch ein bisschen dunkler. Da helfen zum Beispiel Tageslichtlampen. Da gibt es von Beura eine Lampe, die ich habe, die macht 10.000 Lux. Das heißt, die hat richtig Tageslicht. Und die kann ich dann eine gewisse Zeit anmachen. Man kann auch morgens einfach so quasi die sich so vorhalten, mit Augen zu oder halt weiter weg, mit Augen auf. Ich habe die zum Beispiel am Schreibtisch mal einmal dann irgendwie eine Stunde oder so an, dass der Körper merkt, okay, Tageslicht, Cortisol produzieren. Ich muss den Rhythmus hier starten und im Laufe des Nachmittags fängst du an, die Lichter wieder alle entweder langsam runter zu fahren oder auszumachen. Und je später es am Abend wird, desto mehr machst du die Lichter aus, beziehungsweise desto mehr dimmst du die Lichter. Also du sollst jetzt natürlich dich auch nicht verletzen, weil du alle Lichter ausmachst, aber halt so, dass du halt noch dich bewegen kannst und deine Aktivitäten durchführen kannst. Und was ich zum Beispiel gemacht habe, es gibt eine Lampe von Wizz oder Wizz heißt die, also W-I-Z, das ist eine Marke von Philips. Das ist so eine smarte Glühbirne und die habe ich im Badezimmer und die reagiert auch darauf, wenn ich den Schalter an- und ausmache und ihn dann wieder an- und ausmache, dann habe ich verschiedene Modi. Und abends zum Beispiel mache ich das so, dass das Licht im Badezimmer nur noch 30% Licht hat, damit ich nicht, stell dir vor, du sitzt auf dem Sofa, es ist dunkel, du bist langsam müde, dann gehst du wieder ins Badezimmer und das Licht mit voller Stärke und du bist wieder hellwach. Und damit sorge ich dafür, dass ich einfach dann nicht diesem hellen, grellen Licht vom Badezimmer ausgesetzt bin, sondern es schon ein bisschen gedimmt ist, damit mein Körper auch weiter das Melatonin produziert und weiter müde wird. Und im Schlafzimmer zum Beispiel, da habe ich hier so eine Philips Hue Lampe, kannst du da auch nehmen, was du willst, aber die kann halt verschiedene Farben, nicht nur an- und aus- und weißes Licht, sondern die kann verschiedene Lichtfarben. Und die hat hier auch, mal gucken, ob es jetzt angeht, genau, die hat hier auch so ein Orangelicht, das sieht man jetzt hier nicht so gut. Wenn ich das über die Fernbedienung steuere, dann sieht man noch mehr Farben. Da mache ich dann immer rotes, orangenes Licht, abends an, damit ich noch was sehe, damit aber gleichzeitig mein Körper einfach müder wird. Ja, jetzt haben wir so viel über Lichter gesprochen, dass mir hinten die Akkus von den Lichtern schon ausgegangen sind und jetzt haben wir aber auch wieder blaues Licht im Hintergrund. Und kommen wir aber weiter. Also wir waren bei der Philips Lampe, die ich im Schlafzimmer habe. Und was auch sehr hilfreich ist, ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt nachts zum Beispiel auf Toilette müsst oder aus irgendwelchen Gründen aufstehen müsst oder generell vielleicht abends nicht mehr die hellen Lichter im Flur anmachen wollt, da gibt es hier diese Lichter, die man eigentlich für die kleinen Kinder hat. Die kann man sehr gut im Badezimmer, im Flur oder in allen anderen möglichen Räumen anbringen. Und die reagieren halt auf Bewegung, sind auch recht günstig. Irgendwie weiß ich nicht, zwei Stück, drei Stück, 20 Euro bei Amazon. Und die finde ich gerade im Badezimmer super. Würde ich am liebsten auch, wenn ich mal irgendwie unterwegs bin, mit in die Hotels nehmen. Weil man, wenn man einfach nachts auf Toilette geht, nicht das große Licht anmachen muss, sondern dieses kleine Licht leuchtet und man dann nicht wieder hellwach ist, wenn man wieder dann ins Bett geht. Also das ist tatsächlich für mich so Lifehack hoch 10, das hat den Schlaf tatsächlich deutlich verbessert. Und wo man natürlich auch immer noch drüber reden muss, ist das einfach Blaulicht. Da gibt es ja dann Brillen, die einen Blaulichtfilter haben. Da gibt es dann auch Blaulichtfilter, die für den ganzen Tag sind. Die haben dann zum Beispiel irgendwie 30 Prozent, blocken die. Dann gibt es welche für den Abend, die sind dann auch so orange, sehen die aus. Also die Gläser sind orange. Dann wird nochmal mehr geblockt, in der Regel das Doppelte nochmal. Und es gibt tatsächlich aktuell keine wissenschaftlichen Beweise dafür, beziehungsweise die wissenschaftlichen Ergebnisse sind jetzt noch nicht so eindeutig, dass diese Blaulichtfilterbrillen helfen und auch, dass man beim iPhone zum Beispiel, dass das Bild abends dann so orange wird, dass halt das blaue Licht nicht mehr so stark ist. Aber generell kann man einfach sagen, okay, versuch blaues Licht, Blaulicht zu vermeiden, denn es ist sehr wahrscheinlich so, dass Blaulicht die Melatoninproduktion verhindert, beziehungsweise reduziert. Und wenn du einfach versuchst, darauf zu achten, dass du zum Beispiel eine Stunde vorm Schlafen gehen kein Handy mehr benutzt oder andere Geräte, dann ist es einfach auch nochmal eine Möglichkeit, seinen Schlaf zu verbessern. Was ebenfalls zum Thema Licht noch wichtig ist, ist, dass dein Schlafzimmer möglichst dunkel ist. Also im besten Fall quasi ganz schwarz, dunkel. Der Idealfall ist, dass man diese elektrischen Rollos hat, die von außen oder von innen einfach runterfahren und dann ist ja das Zimmer so schwarz, dass man, wenn man nachts aufsteht, gar nicht mehr weiß, wo man hingeht. Das hat jetzt nicht jeder. Also wir können das zum Beispiel in unserer Wohnung hier nicht einfach anbringen. Das dürfen wir nicht. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Also die günstigste Möglichkeit ist tatsächlich, eine Schlafmaske zu nehmen. Die kostet 15 Euro und dann ist auch alles schwarz. Ich persönlich mag das aber nicht so, weil man halt ständig dieses, ja, etwas an seinem Kopf hat. Ich finde auch, gerade hinten drückt das irgendwie auch. Und es passiert auch häufiger, dass die Schlafmaske dann nachts einfach abfällt. Ich finde das gut, wenn man irgendwie mal auswärts schläft. Das ist dann auch okay für ein, zwei Nächte. Aber für dauerhaft finde ich es persönlich nicht so toll. Aber es ist halt eine sehr kostengünstige Möglichkeit, dass halt alles nachts dunkel ist. Ich habe das so gelöst, es gibt diese Firma New Shades. Die macht Rollos, die man einfach so runterziehen kann. Und die gibt es dann auch mit einer Schiene. Und davor habe ich dann noch Blackout-Vorhänge, die zusätzlich dafür sorgen, dass es dunkel ist. Und in der Kombination tatsächlich auch im sehr hellen Sommer ist es einfach super dunkel. Immer noch nicht so dunkel wie so ein richtig elektrisches Rollo. Aber du kriegst wirklich über 90% des Lichtes damit einfach weg. Und dann hast du ein dunkles Schlafzimmer. Und das hilft dir deutlich dabei, einen besseren Schlaf zu bekommen, gerade in den Sommernächten. Und um da auch den Übergang zum Sommer zu schaffen, Wärme, Hitze ist auch ein Thema beim Schlaf. Es sollte möglichst kühl sein. Also du solltest jetzt nicht erfrieren. Empfohlen werden 17 bis 20 Grad. Aber du solltest nicht im Schlafzimmer die Heizung aufdrehen und plötzlich dein Schlafzimmer auf 24 Grad heizen. Man merkt das gerade im Sommer. Da kann man einfach schlechter schlafen, weil sich plötzlich im Hochsommer das Schlafzimmer auf vielleicht teilweise sogar über 30 Grad erhitzt. Man ist nur am Schwitzen. Aber der Körper muss seine Körpertemperatur senken, abends, nachts, um einzuschlafen. Und wenn es einfach zu warm ist, dann hat der Körper Probleme einzuschlafen. Und deshalb sollte man für einen kühlen Raum sorgen. Man sollte jetzt nicht frieren, aber es sollte im Raum kühl sein. Alternativen, wenn man es nicht kühl bekommt, ist zum Beispiel so eine Stunde vorm Schlafengehen zu duschen. Und zwar warm zu duschen, nicht kalt. Das klingt jetzt erstmal kontraproduktiv. Aber das sorgt dafür, dass quasi die ganze Körperwärme vom Blut nach außen an die Körperoberfläche kommt. Und dann wird quasi die Kernwärme von deinem Körper abgegeben. Und dann wird der Körper einfach kühler und dann kannst du besser einschlafen. Was auch eine Möglichkeit ist, was auch erstmal wieder paradox klingt, sich Socken anzuziehen. Denn wenn du Socken anziehst, dann merkt dein Körper, okay, er braucht nicht so viel Wärme produzieren, denn die Wärme kommt ja durch die Socken. Und dann wird die Kerntemperatur in deinem Körper kühler. Und du kannst besser einschlafen. Wir haben zu Beginn über den zirkadianen Rhythmus gesprochen. Und wie es bei so einem Rhythmus so ist, der möchte natürlich am besten immer gleich bleiben. Und da ist es auch hilfreich, wenn man jeden Tag zur selben Zeit ins Bett geht und jeden Tag zur selben Zeit aufsteht. Damit dieser Rhythmus immer gleich bleibt und der Körper weiß, okay, jetzt ist es irgendwie 17, 18 Uhr oder 19 Uhr. Jetzt muss ich mal langsam Menatonin produzieren oder das Menatonin hochfahren, damit ich dann auch um 9 oder 10 Uhr so müde bin, dass ich im Bett auch schnell einschlafe. Deshalb achtet darauf, dass ihr zur selben Zeit ins Bett geht und zur selben Zeit aufsteht. Gerade auch am Wochenende. Also viele machen es ja so, dann sagen sie am Freitag, jetzt habe ich meine Zeit. Ich bleibe erstmal bis 3 Uhr nachts wach und dann stehe ich am nächsten Tag um 12 Uhr auf. Und darauf sollte man verzichten. Ich meine, du hast ja auch im Endeffekt nicht mehr vom Tag, außer du produzierst einen Schlafmangel, indem du um 2 Uhr ins Bett gehst und trotzdem um 7 Uhr aufstehst. Aber du hast ja nicht mehr vom Tag, nur weil du nachts länger wach bist und am nächsten Tag später aufstehst. Darum ist es einfach sinnvoll, wenn es dir möglich ist, immer zur selben Zeit aufzustehen und ins Bett zu gehen. So Pima, Daumen, 30 Minuten Differenz sollte man da haben, um den Schlaf weiter zu optimieren. Was eigentlich jeder weiß, aber auch das möchte ich nochmal erwähnen. Koffein und Alkohol sind schlecht für den Schlaf. Beim Alkohol ist einfach das Problem, dass der Schlaf dann leicht wird, sodass man keinen erholsamen Schlaf hat. Man muss auch dann wahrscheinlich nochmal häufiger auf Toilette gehen, wenn man dann vorm Schlafengehen noch 2-3 Bier trinkt, weil man dann so viel Wasser oder Flüssigkeit im Körper hat. Aber generell geht es einfach beim Alkohol darum, dass der Schlaf leicht wird und deshalb nicht erholsam ist. Und beim Koffein geht es auch einerseits darum, dass der Schlaf leicht ist und nicht erholsam, aber auch, dass man gar nicht erst einschlafen kann, weil man so viel Koffein in seinem Körper hat. Und was da besonders interessant ist, dass Koffein selbst nach 12 Stunden noch im Körper nachgewiesen werden kann. Ich glaube, der Großteil ist so nach 6 Stunden abgebaut, aber selbst nach 12 Stunden hat man noch Koffein in seinem Körper. Und darum ist die Empfehlung, sagen wir mal, du isst Mittag, dann trinkst du noch deinen Kaffee und dann solltest du keinen Kaffee mehr trinken oder keine Cola mehr trinken, was auch immer koffeinhaltig ist, damit du abends einen erholsamen Schlaf hast. Und auch beim Alkohol verzichte einfach vor allem dann spätabends darauf, Alkohol zu trinken, damit du einen besseren Schlaf hast. Ein weiteres Thema, was man ein bisschen tiefer diskutieren sollte, was aber gerade in dieser Biohacking-Szene viel diskutiert wird, ist Magnesium. Ich habe hier zum Beispiel von Sunday Naturals ein Produkt, das nennt sich Magnesium-Komplex 4. Da sind wie gesagt vier verschiedene Magnesium-Arten drin und insgesamt 250 Milligramm Magnesium enthalten. Und es ist so, dass es im Moment keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt, dass Magnesium unseren Schlaf verbessert, aber vermutlich verbessert es die Erholung. Also wir schlafen nicht besser, aber wir sind erholt am nächsten Tag. Und ich persönlich merke diesen Effekt sehr stark. Also ich mache das jetzt, weiß ich nicht, seit einem halben Jahr oder so, dass ich immer abends Magnesium nehme. Ich probiere auch mal eine Tablette, mal zwei Tabletten aus. Und ich merke, dass wenn ich das so ungefähr 30 bis 60 Minuten vor dem Schlafengehen einnehme, dass das besser für mich ist und dass ich mich am nächsten Tag erholter fühle. Es wird auch empfohlen, Magnesium-Treonat zu nehmen. Das soll sehr hochwertig sein und soll quasi besser von unserem Körper aufgenommen werden können. Das habe ich jetzt auf meiner Liste. Hier sind ja noch ein paar Pillen drin. Das hält noch ein paar Wochen oder Monate. Aber wenn das aufgebraucht ist, werde ich das mal probieren. Und das soll man vor allem in den Abendstunden nehmen. Also tagsüber kann man auch das normale oder anderes Magnesium nehmen. Und abends soll dieses Magnesium-Treonat besser sein. Wovon ich auf jeden Fall abrate, ist dieses billige Magnesium aus dem Supermarkt. Wobei das nicht mal billig ist. Also es ist, wenn man sich das mal durchrechnet, ist das Magnesium von Sunday nicht teurer. Teilweise sogar günstiger. Aber in diesem Supermarkt-Zeug hat es eine schlechte Qualität von Magnesium. Und dieses Magnesium wird teilweise vom Körper gar nicht richtig aufgenommen. Komplett wieder ausgeschieden. Also dann kannst du es auch gleich vergessen. Also zusammengefasst, Magnesium kann helfen, dass man am nächsten Tag erholter ist. Aber es ist jetzt nicht prinzipiell dafür da, dass der Schlaf besser wird. Ein weiteres Thema, was gerade von Biohackern und ich glaube auch von Andrew Huberman viel besprochen wird, ist das Thema bineurale Beats. Kurz erklärt, es wird gesagt oder vermutet, dass bestimmte Frequenzen einen bestimmten Effekt auf unseren Körper haben. Es gibt zum Beispiel schon teilweise bestätigte Ergebnisse, die sagen, dass eine bestimmte Frequenz dafür sorgt, dass wir konzentrierter sind. Zum Beispiel beim Lernen. Es ist noch nicht nachgewiesen, dass diese bineuralen Beats beim Einschlafen helfen. Aber es wird dafür genutzt und es gibt auch gewisse Vermutungen. Also du kannst es einfach mal ausprobieren. Ich habe es eine Zeit lang gemacht. Ich nutze es nicht mehr, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es mir ein bisschen geholfen hat. Ich fand es halt ein bisschen nervig, immer so eine Viertelstunde vor dem Schlafen gegen mir diese Beats anzuhören. Und was genau höre ich da? Also sagen wir mal zum Beispiel, es wird empfohlen, eine Frequenz von 3 Hertz zu hören, aber dein Ohr hört keine 3 Hertz. Das ist zu niedrig. Das nimmt das Ohr nicht wahr. Das heißt, du musst mit Kopfhörern hören und dann hörst du auf dem linken Ohr zum Beispiel 243 Hertz und auf dem rechten Ohr 240 Hertz. Und diese Differenz versucht, das Gehirn, der Kopf auszugleichen und dann quasi schwingt das Gehirn auf diesen 3 Hertz. Und das soll dafür sorgen, dass bestimmte Effekte ausgelöst werden. Es gibt da eine App im App Store, die heißt Brainwaves. Achte darauf, es gibt so eine ganz teure. Es gibt aber auch eine für irgendwie 5 bis 7 Euro. Diese für 5 bis 7 Euro ist die richtige. Und da gibt es verschiedene, ich glaube 35 verschiedene Sounds. Und ja, das kannst du gerne mal ausprobieren, vielleicht hilft es dir ja. Es gibt auch bei YouTube bineurale Beats, die kannst du natürlich auch nutzen. Aber achte darauf, dass du das über Kopfhörer hörst und nicht einfach auf dem iPad oder auf dem iPhone oder so. Oder Kopf über deine Lautsprecher anmachst. Denn man muss das quasi, darum heißt es ja auch bineural, links und rechts das in den Kopfhörern haben, damit diese Schwingungen zustande kommen. Ja, fassen wir nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Erstmal, wir haben einen Unterschied zwischen Bettzeit und Schlafzeit. In der Regel hast du eine Schlafeffizienz von 80 bis 90%. Das heißt, wenn du zum Beispiel 7 Stunden im Bett bist, kommst du vielleicht auf 5,5 bis 6,5 Stunden Schlaf. Das heißt, berechne deine Schlafenszeit und nicht deine Bettzeit, um auf mindestens 7 Stunden Schlaf in der Nacht zu kommen. Um den zirkadianen Rhythmus einzuhalten, solltest du die Lichtverhältnisse in deinem Tag so gut es geht beeinflussen. Das heißt, morgen und bis zum Mittag möglichst viel Licht aufzunehmen. Im besten Fall zum Beispiel spazieren gehen, dass du den Sonnenaufgang miterlebst. Und je später es wird, desto leichter machst du die Lichter, desto mehr dimmst du sie. Und im besten Fall schaust du dir den Sonnenuntergang abends an. Das heißt, in einer Traumwelt gehst du morgens eine Viertelstunde spazieren und abends eine Viertelstunde spazieren, damit du deinen Rhythmus ordentlich einstellst und dass du abends genügend Melatonin produzierst, um müde zu sein. Halte dein Schlafzimmer möglichst kühl und halte dein Schlafzimmer möglichst dunkel, damit du gut schlafen kannst. Kühl heißt nicht, dass du frieren sollst, sondern kühl bedeutet, dass dein Körper, sagen wir mal, die Temperatur liegt bei ungefähr 17 bis 20 Grad, damit dein Körper runterfahren kann. Verzichte auf Koffein ab dem Mittag und verzichte auf Alkohol am Abend, damit dein Schlaf möglichst erholsam ist. Magnesium und bineurale Beats können dir helfen. Probiere es einfach aus. Bei mir hat vor allem Magnesium sehr geholfen, um einen erholsameren Schlaf zu bekommen. Versuche dich vor dem Schlafengehen zu entspannen, mache ein bisschen Yoga, meditiere, bewege dich leicht oder führe ein Journal, zum Beispiel das 6-Minuten-Tagebuch, um runterzukommen. Mir persönlich hilft es auch einfach, vor dem Schlafengehen 10 Minuten zu lesen. Und der letzte Tipp ist, dass du vor dem Schlafengehen nichts mehr isst. Das heißt, im besten Fall, wenn es in einer Traumwelt isst, du das letzte Mal ungefähr 2-3 Stunden vor dem Schlafengehen, damit dein Körper nicht so angestrengt ist. Sagen wir mal 10 Minuten vor dem Schlafengehen haust du dir ordentlich was rein, einen riesengroßen Teller. Und dein Körper braucht sehr viel Energie, um das zu verarbeiten, um zu verdauen. Und dann kannst du einfach schlechter schlafen. Deshalb solltest du möglichst viel Zeit zwischen dem Schlafengehen und der letzten großen Mahlzeit lassen, damit du besser schlafen kannst. Ja, das war jetzt so ungefähr ziemlich alles, was ich über das Schlafen in den letzten Monaten gelernt habe. Ich hoffe, dass du ein, zwei Tipps davon mitnehmen kannst, für dich im Alltag umsetzen kannst, damit auch dein Schlaf einfach ein bisschen besser wird. Oder also zwei Tipps von dir ist das, was ich nur eine Sprach buckets für dich für dich. Untertitelung des ZDF, 2020